Hallo zusammen, heute ist Samstag, Februar 26. Und heute habe ich den Laden offen von 8 Uhr, das fängt jetzt dann gleich an, dann gibt es einen Kaffee, dann kommt vielleicht der erste Kunde, dann sitzen wir noch hier, diskutieren über Gott und die Welt, über Kühlschränke und sonst was nötig ist. Und der, der mich erreichen will und sich beklagt, der findet mich nicht. Einmal im Monat am Samstag, das verlinke ich euch unten, wann wir geöffnet haben, steht auf unserer Homepage. Und ihr könnt mit mir einen Kaffee trinken, einen Gipfeli genießen, wenn es hat, oder selber vorbeibringen. Das wird schon gegessen, da müsst ihr keine Angst haben. Morgens um 8 Uhr mache ich auf und dann bin ich auch bereit, Fragen zu beantworten, die ihr eigentlich auch sonst beantwortet bekommt. So, dann sehen wir uns irgendwann an einem Samstag hier in Schlatt bei der Firma Wemo. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.